ARD Text im Auftrag von Funk Ihr stöhnt? Hallo Draugo Also mit Elefantin? Nein, nicht mit Elefantin Ohne Elefantin? Ja man, ich versuche jetzt voll sneaky Wollen wir mit Boot? Nein, ich habe erst mal das Auto wieder hingestellt Komm Ja warte Ja wir kommen einer hier nicht hoch What the fuck, ernsthaft? Was? Der ist fast runtergefallen Von so einer kleinen Erhöhung Wo bist du denn Draugo? Ich habe einen 3D-Bild-Betrachter gefunden Halt die Fresse Robby Halt die Fresse, ich kämpfe für deinen Arsch Wir müssen ja sogar da langer, well fuck Fuck my end Okay Oh no, es war... Oh der ist tot Ja natürlich Ach der gibt ja nichts Warum steckst du jetzt aus? Weiß ich auch nicht Steck wieder ein Oh mein Gott, oh mein... Alter, tragen wir was... Ja Was denn? Du hast mich getötet dadurch, dass du das Auto durchgefahren bist Oh, da sitzt du ja Oh, da sitzt du ja Guck mich nicht so blöd an, hebe mich auf du Wuhre Meine Fresse Ich komm steck bei mir ein Hast du die Scheibe schon wieder kaputt gemacht? Nein Nein Ich würde so etwas niemals tun So böse bin ich nicht Reco White Reco Halt die Fresse, Mann und fahr Wer bin ich denn? Was? Kannst du mir sagen, wer ich bin? Ja, ich weiß wer du bist, jetzt halt die Fresse Hallo, geht hin Das sind unsere Kollegen, du Wuhre Ja Warum hast du die einfach überfahren? Hab ich gar nicht Da standen mitten welche auf der Straße und du willst... Bei... Bei mir ist nur einer außen stehen... Ne, stand nur einer außen und den hab ich nicht überfahren Ich sag dazu nichts mehr Hier ist der perfekte Merk So, dann gucken wir mal Da ist ein Mörser Ne, nehm ich Oh no Hier sind keine Gegner Und jetzt? White, was suchst du uns hier für Scheiße raus? Ich weiß nicht, ich dachte wir können das einnehmen Was, Hörner? Geben die irgendwas? Ja, die brauchen wir Für größere Geldbeutel Ja, soll ich die mal mit dem Mörser sagen? Ja, mach sie tot Aber ich kann den Mörser nicht betätigen Ja doch Aber nein Wenn ich die mit dem Mörser kille, dann äh Dann kriegen wir nichts Doch klar, ein bisschen, oder nicht? Ja, aber Scheiße kriegen wir Ja, aber besser als gar nichts Wir können uns ja auch eine anständige Waffe hier bei dem Händler kaufen Nein, glaub mir, jetzt hab ich versucht, es bringt nichts Oh, dann Mörser ich die weg, pass auf Geh mal in Deckung Ich bin in Deckung Markier die mal für mich Oder sind die schon markiert? Zwei Stück sind schon markiert, ja Zwei Stück sind schon markiert, ja Mörser-Action Feuer Pole! Wow, du bist so ein scheiß Schütze What the fuck? Nicht mal ansatzweise getroffen Ja, ich hab aber in die Richtung gedings gerade Also scheinbar gibt's hier gar nichts Jetzt treffe ich die aber Wo sind die? Keine Ahnung, ich seh sie nicht mehr Sind die gestorben? Nein, die sind abgehauen wahrscheinlich Ja Ja, hm, hier gibt's nichts für uns zu holen Also guck mal was wir machen können Wir können Missionen machen Normale Nein Ja, wir können auch alle Geiseln befreien gehen Nein Ja, was willst du denn sonst machen? Hier gibt's nichts mehr Doch Was denn? Ich hab Nashorn gefunden Unsere Schlacht ergänzt in Nashorn So, auf den Messer ich jetzt Oh nein Oh, lauf weg, euch Oh mein Gott, ich dachte ich bin hinter der Wand sicher Ja Ja, war wohl nicht so Hallo, du Mr. Arthon Oh shit Da Das gehört mir Ich hab hinterlegt Du Schweine Ich hab mein ganzes... Verpiss dich Ich hasse dich, lock dich aus I don't wanna play with you anymore. Ich hab's erlebt. Jetzt bin ich verarschen. Ich hab kein... Ich hab alles leer geballert, was ich hatte. Alter. Du hast mich auch getroffen. Vernetzt. Arschloch. Ja, noch einen Arsland suchen. Nö. Oh, was hast du getan? Schnellreise? Ich zwinge dich jetzt zum Teleportieren. Warte, nein, hier geh ich nicht hin. Oh. White. So, hier? Hier ist ja auch keiner. What the fuck? Noch nicht, White, noch nicht. Oh, ich war so kurz davor, eine Kiste zu plündern. So, jetzt? Warte ich nicht, ist da jemand? Wo sind die ganzen Leute, die die ganze Zeit gebattelt haben? Wir sollen sie retten. Das ist bestimmt alle schon getötet. Jetzt sind sie tot. Oh, hier ist sie. Oh, sind wir jetzt tot? Was ist passiert? Kann ich helfen? Ja. Töten Sie. Was seid ihr denn für büllige Menschen? Warum seid ihr so schnell tot? Wir sind so Auge um Auge. Kommen Sie, Drago. Wurde angeschossen. Ich bin tot. White? White? Ja. Du hast mich angefahren. Hab ich gar nicht. Kann ich mir jetzt Munition holen erstmal? Achso, ja. Macht das mal. It would be so nice. Dann fahr ich schon mal vor. Oh. Ja, natürlich. Nein, da wäre ich zu dir geportet. Ja, stimmt ja. Dann warte ich halt. Guck ich mir so lange die Umgebung an. Natürlich. Oder tötest du etwa wieder Leute, die du kennst. Ich weiß nicht, was du meinst. Halt die Fresse. Hört er mich einfach um, ey. Ich glaube, warum rennt dein Hörsch lang? Abendessen mitnehmen. Wieso kam hier gerade die Musik von, äh, 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 Mute von Barnum? Oder sowas. Ja, ja. Mach mal das Radio aus, ja. Look at this. White? Hoppla! Der töte keine unschuldigen Zivilisten. Aber du hast es getan. Gar nicht wahr. Ich meine, what? Da sind zwei Bösewichte vor uns. Erschieß sie. Hier ist keiner. Die stehen doch direkt vor meiner Nase, Mann. Bei mir nicht. Alter, du bist unter der Erde. Es ist... Du messerst die Luft. Okay. Du bist so eine Bure, Alter. Du bist so ein... Du hast angefangen. Du bist so ein dreckiger Hunde... Fickendes... Schwanzlutschendes, dreckiges Wurstschwein. Heb mich auf jetzt. Hihi. It's gone. What the fuck? White? It's white? White, where gehst du hin? So, hier sollen wir jetzt irgendwas erledigen. Der Pistole. Killen. First, let me lay it. Take a look. Na, ich hab mich doch noch gesehen, da. Ante. Hast du den gerade echt wieder angeschossen, White? Wieso machst du sowas? Wen hab ich angeschossen? Hast du irgendeinen von denen wieder angeschossen? Yes, I did. Ja, warum machst du sowas? Warum nicht? Soll ein Stelz sein. Traugo hat gefehlt. Traugo hat gefehlt. Der war nicht markiert. Ja. Pech, du hast gefehlt. Du musst den Blame auf dich nehmen. Der Böse ist. Was? So, markier erstmal. Und schieß nicht direkt. Er hat nur überlebt, weil ich nicht getroffen hab. Den anderen hole ich. Den hab ich nicht. Den hab ich nicht. Den hab ich aber. Wait Die ist doch nicht, war das falsche Mach ein Foto der Zielperson Wo bist du? Hinter dir Warte, machen wir ein Selfie? Awww Hast du mich fotografiert? Ja du bist mit drauf ja Yay Bist aber What the fuck Ich komm mal Ich plünder erstmal hier das Geld